Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ölverseuchten-Folge von Turm Oil hier bei uns auf dem Kanal. Und wir müssen wieder Aktien kaufen, es geht nicht anders. Wie sieht's denn aus bei euch hier? 39.000 hat die DEC. Okay. Hat mal die Hälfte von mir, aber ich halte die Mehrheit der Aktien. Das ist ganz, ganz wichtig. Und der Riccardo, der kann ja auch mal, weißt du, der könnte ja auch mal was kaufen, aber ich glaub, das wird er nicht tun. Weil Riccardo ist ein Gierknochen, ne? Ein geiziger Hund. Ich will aber jetzt keine kaufen, ich muss auch keine kaufen. Deswegen lassen wir das einfach durchlaufen. Wer hat denn gekauft? Daisy. Daisy hat genug Kohle. So, wir gehen mal wieder in die Bar. Du willst mir sagen, dass es nicht unter 70 fällt und du gibst mir Zinsen. Nö, will ich nicht. Komm, wir gehen zur Auktion. Und schauen uns mal die Sache an. Wir waren letztens hier. Das war ja eine miese Stelle. Wo könnte es mehr werden? Das ist echt eine gute Frage. Jetzt werden sich natürlich alle hier drauf stürzen. Hier oder hier. Schauen wir mal. Wo geht denn hin? Hm. Das dachte ich mir schon. Oh Mann. Ich werde wohl müssen. Ja, ja. Ich spüre es. Da ist Gold. Ja, was du spürst. Ich weiß nicht, was du spürst. Gold wird es nicht sein. Bei einem Stiefel. In deinem. Ah. Wo haben wir denn? 71.000. Also 69.000 jetzt. Na gut. Was willst du? Ja, das weiß ich doch. Laber mich doch nicht voll, Junge. Oh, wenn der erste schon Fehlgriff ist fast, ne? Na gut. Kriegst mal zwei Pferdchen. Slump. Lalalulalul. Oh, Moli. Vergehen wir doch mal direkt in die Mitte. Da haben wir doch was Schönes gefunden. So, 177. Okay, ich brauche ein bisschen Kohle. Brauche ich dafür. Nein. Das reicht noch nicht. Die Musik. Bau, 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 bau. Ach, Leute. Da unten einer für dich. So. Dann geht hier oben noch einer hin. Da haben wir doch schon mal ein gewisses Grundkapital. Dann gibt es hier noch eine Verbreiterung. Damit der auch löppt, der Lachs. Oh ja. Ja, das ist ein weiter Weg. Weg. Ich weiß es, Jungs. Ich weiß es. Dieser Weg wird kein leichter sein. Oh je. Ihr spritzt doch gleich wieder was. Leute, ihr müsst euch beeilen. Ding, ding, ding. Das ist der Turm, all blues. Okay, du kriegst auch noch eine Verbreiterung. Bitte, danke schön. Und dann gehen wir hier noch ein bisschen rumscannen. Vielleicht gibt es ja hier unten was. Außer Gas gibt es da nichts. Aber ist ja besser wie nix. Da wissen wir das schon mal. Könnte man dann eigentlich direkt so ein... Hallo. Super Silo voll machen. Hihihi. So. Da mal schauen. Okay, da haben wir zwei. Nochmal zwei Felder. Da brauchen wir das Upgrade für. Es nützt nix. Down, down, down. Okay, dann brauchst du auf jeden Fall einen Dreier. Ich muss für den Super Silo sparen. Ich lass mich ja hier nicht abzocken von den Jungs, ne? Zack. Aber da brauchen wir, glaube ich, zwei große Silos für, ne? Zwei voll ausgebaute. Kriegen wir aber auch hin. So. Einmal da hin. Und einmal da hin. Das sieht aus hier, hä? 79. Du kannst mich doch am Besuch rein. Babu, babu. Schau mal auf. Da klatschen wir gleich einen daneben. Ja, 750. Okay, das kriegen wir auch hin. Oh, 88, 89. Okay. Wir brauchen für den Ausbau ein bisschen Kohle. Ich schätze mal ganz hart, hier unten ist noch mehr. 95, einen Dollar. Zack. Super Silo. Juhu. Sehr schön. So, der ist auf voller Ausbaustufe. Dann hauen wir hier noch einen rein. Da noch. Da noch. Eine Marine. Blup. Ja, das ist ein guter Preis. Das ist noch ein guter Preis. Das ist okay. Ditteling, ditteling. Sehr gut. Dann kriegt ihr mal das Upgrade für das Zeug. Und ich scannere mal noch ein bisschen rum. Okay. Jetzt wird es eklig wenig. Hottehüs. Noch mehr Hottehüs. Und noch ein bisschen scannern. Rumscannern wie die Wilden. Da war nichts. Du ziehst mir schon wieder die Hosen aus. Ei, ei, ei. Karamba. Oh, hier drüben steigt gerade was. La, 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 la. Na, bleibst du jetzt stehen bei 99? Oder was macht sie jetzt? Das weiß er wahrscheinlich selbst nicht. Ui. Bleibt er echt knallhart stehen bei 99, ne? Der veräppelt mich doch. 98. Wir schicken mit dir mal einen rüber. Einen kriegst du. 225. Aber so ein Supersilo ist schon was Feines. Dann hin mit dir dort. Und hier muss ich dann direkt noch ausbauen. Weil das ist ein großer Lachs hier. Ding, ding, ding. Ja. Boah, der ist so mies hier. Alte Preistreiber. Wir haben schon Juni. 85. Älter Schwede. Älter Schwede. Aber das Supersilo ist echt gut, ne? Könnte man vielleicht ein super, super Silo draus bauen. Oh, das brauche ich gleich, um es hoch zu treiben. 79, Alter. Du willst uns doch verarschen. Verarschen sie uns doch nicht, bitte. Ui. Ui. Ui, 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 ui. Okay. Dat ist das Gasi-Hasi. Da haben wir nischt. Aber hier ist doch so viel frei noch. Boah, das ist ein Dicker. Okay. Dat ist natürlich nicht schlecht. Der Silo ist gleich voll. Ich brauche Geld, um die Gasblasen hier anzuzapfen. Babu, babu. Komm, wir sind mal mies. Wir geben dem noch ein Silo. Lalu, lalu. Dann schauen wir mal, was wir hier reißen können. Das ist alles Dreier schon. Naja, die sind leer. Okay, den können wir zweier lassen, glaube ich. Okay. Da treiben wir das mal richtig ekelhaft nach oben. Aber so richtig. Dass es schon weh tut. Komm, komm, komm. Ich brauche Kohle. Ja. Schlumpi, so. Ne, ich brauche Geld. Aktuell brauche ich Geld. Ich muss ja die Leitung hier unten verlegen. Und da brauche ich ein bisschen... Dann nehmen wir nämlich mal einfach... Wir gehen schon mal hier hin. So ganz vorsichtig. Holen uns noch ein paar Pferdchen. Sehr cool. Oh, der hat 1,22. Warte. Stopp. Stoppi, stoppi, stopp. Das wird gleich... Sehr derb. Warten noch, bis das Ding voll ist. Und nochmal gucken. Nö. Nö. Noch ein Gasi. Machen wir noch ein paar Pferdchen. Das muss sich ja auch lohnen. So, warte kurz. Wir müssen nochmal ganz kurz was verkaufen. Weil ich brauche ein bisschen Geld. 278 reichen wir dafür jetzt gerade nicht. 99. 90. Okay, komm. Ich brauche nur ein bisschen Geld, mein Freund. So, das sollte reichen. Dann machen wir den Tönnies hier voll. Keine Turm, das denn, Mensch. Naja. Ah, vielleicht... Ich weiß auch nicht. Ömmeln wir noch einen zur Unterstützung dran. Okay. 150 kostet schließen. Oh, nee. Wir haben September. Wir müssen uns mal ganz kurz beeilen. Ich brauche nur ein bisschen Geld. Nur ein bisschen Geld. Danke, reicht. So, und jetzt machen wir hier nämlich zu. Und treiben mal ein bisschen den Gaspreis nach oben. Halt. Hier muss auch zu. Mal gucken, wo es hintreibt. Oh, hä? Komm, weiter, weiter, weiter. Weiter, 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 weiter. Wir fangen schon mal an. Ziehe ich nämlich gleich den nächsten rüber. Babu, babu. Gleich den nächsten. Ja, ja, ja. Ein paar Pferdchen noch dazu. Sehr gut. Schauen wir mal. Oh, ja. Das sind Preise, ne? Damit kann man arbeiten. 2,70 Dollar. Das finde ich gut. Ja, ja, ja. Weiter, weiter, weiter. Da machst du natürlich einen Haufen Geld. Okay, es sinkt wieder. Wir sinken. Komm, machen wir weiter. Aufmachen, alles. Und gleich direkt weiter verscherbeln. Oh, wie schnell das wieder fällt, hä? Mal anziehen. Da kennen sie nichts. Aber wir haben schon Oktober. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Gehen sie noch mal gucken. Aber immer noch gut. Immer noch gut. Ja, 54.000. Kannst mit arbeiten. So, November. Ich muss ihn ausbauen. 1,23. Oh, wow, wow. Hier rüber, Leute. Bitte hier rüber. 1,13, 1,8, 1, irgendwas. Ja, wir müssen verkaufen. Wir haben letzten Monat. Egal. Komm, ziehen wir durch. Mach mal leer den Lachs. So, und das war's. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja. Na ja, immerhin. Ein Tausender. Aber 61.000 gemacht, ne? Also fast 62.000. Zeig mal her. Wie sind die anderen? Das ist ja schon mies, ne? Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.